Da ist irgendein Scheiss drin, die liebt das. Es stinkt. Dann kommen sie springen fünf Stück in mein Bett. Und hoffentlich habe ich den nicht gerade gewechselt. Tschüss. Das war uns alle wohl. Bekönne stein. Bool. Geinar viel Arbeit. Sehr viel Salz drin. Das ist nicht viel. Auf Wiedersehen. Tschüss! Ich bin zu den Himmel, die Nacht in der Krömer. Hier habe ich auch meine Schafe und Geisse. So gemütlich sind jetzt alle am einen Ort. Lila leert da, acta day, acta day, acta day. Batman! Lila leert da, acta day, acta day, acta day. Lilla, Läder, ägter dich, annars taue ich dich. Ich bin so ein Fischer. Lange her. Nöge Hener. Lange her. Lange her. Lange her. Lange her. Lange her. Lange her. Micky Mouse. Nye Peep. Lange her. Most� verteidigt sich auch bei mir. Höhle und Frecje für frische Re του. Es ist immer noch Sommer. und Man nennt sie doch nicht. Wie geht finde ich die noch mit wirklich? Denn wenn man sitzt, Lange, die lachter dich, So, jetzt geht's los. Und ich bin bereit wieder für das Samstagabenteuer. Und ich bin bereit für das Gleiche. Und dann hat eine alte Frau gehäkelt für Hand. Schnupp! Sweet! Happy Birthday! Have a good day! After a while and now I'll go to a special party. Now I'm going to have a special party. Ich bin jetzt gespannt. Ich gehe noch kurz gucken. Jetzt bin ich heute gespannt, oder? Nein, nein, ich bin einfach gespannt, wie es ist. Vielleicht wenn es lustig ist, dann gehe ich dann anders machen. Vielleicht mit der Freundin oder der Kollegin. Tschüss! Es wird nicht so. Ich bin jetzt so. Es wird so. Es wird so. Es wird so. Es wird so. Tschüss! Meine schönen Mädchen, Tschüss! Jetzt geht es los. Schenktüte! Wir haben noch zwei neue Babys. Das wäre fertig. Ich freue mich so. So, Mr. Bucky, jetzt hat er gesehen, dass ich Filme und Fotos mache. Hat er sich extra gestreckt. Die sind ein bisschen schluss. Die sind etwas schluss. Die sind ein bisschen schluss. Wir haben noch nie so einen grossen Schöner gehabt, der ist ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, der hat gerne. Jetzt ist er so je zwei Monate da. Er macht Babys, ja ja. Gell Bocki? Jedes Jahr haben wir einen Bock und dieses Jahr haben wir ganz einen grossen Ruhiger. Ja, so süß, hm? Bocki, hm? Und der stinkt auch nicht so fest. Galt an den Hübschen. Tschüss. Es ist immer so schön ruhig. Gissen und Kuschelettgen und legt immer seine Arme, seine Koppelminne an, in meinen Schoß. Ah, so süß. Ja, und er hat so gefreut, er sieht er, so gross und schön und störtlich, sagt man nicht wirklich. So ein schöner Geist und der stinkt gar nicht. Nein. Tschüss. Wir gehen aber nicht durch, oder? Joe. Joe. Hm? Ich habe... Sieht fast aus wie einem Film und der so schön ruhig. Hi, Bocki. Und der liegt schön für die anderen. Mr. Bock, tschüss. Guten Morgen. Darf ich mir vorstellen? Das ist mein Huhn. Ich habe jetzt sechs Hühner. Und die sind jetzt am Bein gelähmt. Jetzt tue ich sie immer ein bisschen pflegen. Ein- und austragen, gell? Und am Morgen kriegt sie immer Würmer. Sieben Stück oder so. Und zuerst Wasser. Wenn ich sie hinlegen, tue sie einfach... Ich kann sie nur ein bisschen nach vorne krabbeln. Stockdunkel. Dieser Fisch. Ein Hecht. Ich habe noch nie etwas komisches erlebt. Komm, Leute. Komm, hol. Und das ist Titti heute. Dieser kommt nicht gleich aus. Das ist der Titti. Ich glaube, woher herst du jetzt? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier kommt dann doch meine Schildkröte. Unterwegs geht es dann. Ist irgendwas lebendig. Oh, jetzt geht es jetzt die Blumen los. Tschüss. Tschüss. Ich bin am Wischen. Ich habe es schon zwei. Schau, wie schön. Zwei große, relativ große. Tschüss. Ich bin am Wischen. Ich bin am Wischen. Ich bin am Wischen. Ich bin am Wischen. Tschüss. Wie groß ist hier? Ich bin am Wischen. Die Löwe Hi, jetzt ist... Oh, jetzt muss ich schauen, was ich... Das sind Löwen. Freitagabend, morgen gehe ich fischen. Hier kommt Grafen Ekvador, Grafen Blobkaf von Greuse. Färber, die nicht will, ist groß. Tschüss! Der Daumen-Güint. Der Daumen-Güint. Der Daumen-Güint. Der Daumen-Güinten. Das bore Jaun-Güint. Der Daumen-Güinten. Auf dem Ich 20.